Wenn ich dir sage, die Bestimmung unseres Potenzials ist es, begrenztes Denken zu überwinden und ein übermenschliches oder kosmisches Bewusstsein zu erlangen. In dieser Serie lösen wir die größten Rätsel des menschlichen Potenzials. Unsere schnelllebige Gesellschaft mag für die Wirtschaft gut sein. Aber ist sie wirklich optimal für den Menschen? Wenn in unserem Körper alte Weisheiten verschlüsselt sind, wie können wir das für die Heilung und für Quantenoffenbarungen nutzen? Und wenn wir diese Kraft erwecken können, indem wir die Sprache des Körpers und des Geistes wirklich verstehen? Unser Potenzial, den Zugang zum Supergeist zu finden, ist dicht mehr rein theoretisch. Wie können wir unsere Geschichte hacken, um die Zukunft zu verändern? Ich bin Ben Stewart. Willkommen an der Schnittstelle zwischen deinem alten Leben und deinem neuen Selbst. Willkommen bei Grenzenlos.